Hallo Leute, heute habe ich drei Szenen für euch mit der KS23. Einmal auf Customs und zweimal auf Streets. Und für alle, die die Waffe nicht kennen, das ist die stärkste Shotgun in Tarkov. Mit Strapnet 10 Ammo macht sie den meisten Fly-Schaden, den meisten Schaden. Das heißt, man kann Leute in die Beine one-shotten und das ist auch passiert. Und dementsprechend muss man auch spielen und ja, es macht Spaß damit auszuteilen. Es macht nicht so Spaß, davon zu kassieren. Und ich habe eine Szene auf Customs in den Dorms und dann zwei auf Streets. Einmal in der Polizei und einmal im Autohandel. Insbesondere die Szene in der Polizei. Also als ich mir die gerade nochmal angeschaut habe, musste ich schmunzeln. Kann ich bloß empfehlen, schaut es euch an, aber ich will nicht zu viel spoilern. Wirklich gutes PvP. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv.au Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Kommentar. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. What the fuck? Okay. Und die KS? Jawohl. Jo. Unter hier. What the fuck? Ich glaube, der hat nicht gecheckt, was Sache ist. Hey Speedy. Hey Speedy. Hey für uns. Jetzt weiß er natürlich, dass ich da bin. Huff. Ja, bei ihm ging es halt von, ne? Von 100 auf 0 des HP. Weiß nicht, ob er jetzt noch so Bock hat. F1 61, okay? Alles unbeschädigt. Das ist das Schöne. Alles richtig unbeschädigt. Richtig nice. Eigentlich können wir die KS austauschen, ne? Jo. Was ist das sch hardship Borderline? Ja, es lakh aber auch. 're ich hoffentlich Month. So, das ist ebenso wahnsinnig. Das ist ebenso. Also, die KS Nebenw�en Credevelop führen. Das ist nicht allein. Das ist irgendwie freiglich. Das ist immer wieder RAC Echt. Youossa. Das ist immer wieder drin. Sorry. Die zwei... Und Ruhe. Weiß ich nicht, ob er noch lebt. Bin mir nicht ganz sicher. Der hat hier die Taschen dabei an, what the fuck? Oha. Ist hier drin? Ja. Ja. Drogen nehmen in der Ecke war... Keine gute Idee. Direkt vor mir. Wo war der Busch gerade? Auf welcher Seite? Er hat die 704. Hey, Zombie. Say hello to my little friend. Ich habe Rosan. Ich bin froh, wie kommt. Ich bin froh, wie kommt. Ich bin froh, wie kommt. Oh, f***ing? 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 Why all the insults? You scared or what? You sound scared, dude. Don't come in here. No, no. F***ing? How's your leg, dude? F*** you. F*** you, I see. F***ing? Hello? Still here? No? Alright. How's your leg? Holy s***. Where's the talking now, dude? F*** you. Ha 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 ha. You scared? F*** you. So, haben wir das. Trash talken kann ich auch. Ha 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 ha. Trash talken kann ich auch. Ihr kleinen Lappen. Komischerweise war das Voip aus, sobald der erste Treffer da war, ne? Jedes Mal. Jedes Mal. Unglaublich. Wunderschön gejumpshottet, dieser elendige Lappen. Hier fällt mir. Der Kukimari, das ist doch sogar ein deutscher. Das ist ja kein Scheiß. Das war wahrscheinlich der Toki. Ja. Oh, der Kuki Ben. TV, by the way. War klar. War klar. Twitch TV, by the way. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier war. Oder drüben meiner Polizei. Okay. Ich glaube, es war hier. Junge, was hast denn du für eine Waffe? Ich bin der Meinung, ich hätte hier tot sein müssen. F ist nice. K ist leidens, was ich Main geht. Ich bin der Meinung, ich hätte hier tot sein müssen. Oh, er hat auf jeden Fall hier reingeschossen. Wie auch da oben rumsteht, ey. What? Okay. Ich bin verpassen. Ich dachte, es wäre eine Ada gewesen. Steppt irgendwas. Die KS, ne. Die KS kannst du gar nicht modden. Die wäre stark, wenn man sie modden könnte. Hier tackert sich wer. Oh. Dass er einmal nicht durchgeht, ey. Oh, okay. Ihnen ist George affected. Dann wäre die größte. Zwei Nails noch. Gehen hinten lang. Er ist hier hinten drin. Okay, wir gehen nicht hier hinten lang. Hey Alex. Hey Alex. Hey Alex. Hey Alex. Ach, die gehören gar nicht zusammen. Der hockt da in seinem Scheißcontainer. Ich kann ihn nicht bangen. Ich glaube der ist sogar hier außen. Ey, was ist das hier für eine Sache? Irgendwie vier Einzelspiele oder was? Das ist kein Bug des Absichtspiels. Fuck. Ultronosler, die geht doch da nicht durch. Äh. Er hat aber wirklich Platzpatronen. Okay. Ach, come on ey. Lächerlich. Kannst du keine Nails runterschmeißen. Zander hockt hier irgendwo. Ah, ist ein Skeff. Nächstes ist er tot. Keine Granaten mehr, GG. Und da hocken zwei Typen, die sich null bewegen. Ich weiß nicht, ob einer von beiden tot ist. Einer ist tot. Der ist auch tot. Gut. Alles auch geklärt. Ah, da liegt noch einer. Ah, shit. Freunde, ich habe das Gefühl, wir müssen looten. Das ist ein Skeff gewesen. Hier ist noch einer. Ah, side-off. Dude, will you ever move? Ever? Okay. 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 Oh, Mann, ey. Ey, Gripster. Wenn ich eine Nate hätte, könnte ich ihn rausbaiten. Aber ich habe keine. Deswegen wollte ich zu der Leiche. Da ist es bestens. Er ist jetzt hier hinter dem Ding. Fuck. Ich kann halt auch nicht zu nah ran, ne? Ich glaube, ich gehe einfach über den Rechtspeak. Meine Fresse, Junge. Du hast doch ein Sitzfleisch. Der Typ hat... Okay. Er hat doch ein Sitzfleisch hier. Performance ist immer noch nicht gut bei Streets. Alrighty. Ich habe das Gefühl, ich müsste looten. Weg, ihr Shepard. Hier kommt was. Oh, okay. Ich weiß, wir sollen noch nie ein paar Jahre bet fiets. Der Billy Horro ist glücklicherweise nicht glücklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017